Schutzenge Wenn du ein reines Herz hast, aber die Hoffnung verloren, zutiefst traurig bist, dann kommen Einhörner zu dir. Sie finden dich und machen dir Mut. Dann helfen sie dir, denn sie reagieren auf die Empfindungen und Wünsche des Herzens und nur darauf, nicht auf Gedanken, nicht auf Versprechungen oder Belohnungen, nicht auf die tollkühnsten Verheißungen. Sie reagieren nur auf dein Herz, auf des Herzens reinste Gefühle. Sie finden immer die richtigen Pfade, um helfen zu können, um Liebe zu bringen. Aber sie kommen nur zu ganz besonderen Menschen, zu Auserwählten. Wenn sie einmal zu dir gekommen sind, dann bleiben sie dir immer und ewig in Freundschaft verbunden. Sie sind wahre Schutzengel. Hast du das Herz eines Einhorns einmal gewonnen, dann wird es dich für immer beschützen, dir immer treu sein. Einhörner leben von reiner Liebe. Sie brauchen deshalb auch keine Nahrung. Sie ernähren sich von der Liebe, von liebevollen Gedanken. Und weil sie um diese große Liebe, die auch ihnen zuteil wird, wissen, können sie auch alleine leben, ohne sich jemals einsam zu fühlen. Ihre starken, liebevollen Hufe würden niemals auf etwas Lebendiges treten oder es gar zertreten. Sie treten auf überhaupt keine Pflanze, auf kein Insekt, auf gar nichts Lebendiges und sei es noch so klein. Gegen die, die ihnen wohlgesonnen sind, setzen sie ihr machtvolles Horn niemals ein. Denen treten sie niemals kämpferisch gegenüber auf. Die beschützen sie und seien sie noch so klein oder traurig. Unaufrichtige Wesen meiden sie, tun aber auch ihnen nicht das Geringste an. Und ihr mächtiges Horn kommt überhaupt nur dann zum Einsatz, wenn ihnen jemand nach der Freiheit trachtet. Sie stammen aus einer längst vergangenen Zeit. Aus einer Zeit, als die Menschen aus ihren Träumen noch gar nicht erwacht waren. Als die Menschen noch eins mit dem Himmel und den Sternen waren und auch mit ihrem eigenen Herzen. Das ist lange her. Deshalb erscheinen sie uns heute meist nur noch im Traum. Wenn dir dein Einhorn erscheint, dann achte sorgfältig auf das, was geschieht, was es dir mitteilt. Versuche es dir zu merken und es mit in dein waches Leben hinüberzunehmen. Denn es ist zu deinem Schutz und für dein Herz gedacht. Es kann dich wieder glücklich machen. Es ist kraftvolle Liebe. Liebeskraft. Liebevolle Kraft. Für dich. Jungs und Männern misstraut das Einhorn. Es scheut vor ihnen zurück. Zu oft folgen männliche Wesen ihrem Kopf, nicht ihrem Herzen. Und daraus entsteht Kampf. So wie die Schlange im Paradies sich vor Urzeiten einst vom Manne abgewandt hat, so folgt auch das Einhorn eher Mädchen und Frauen. Jugendliche Einhörner machen sich ab und zu einen Spaß daraus, vor den Augen von Jungs zu erscheinen und gleich wieder zu verschwinden, unsichtbar zu werden. So soll es auch schon vorgekommen sein, dass Einhörner auf den wenigen Fotografien, die es von ihnen gibt, nach Lust und Laune sichtbar und unsichtbar werden. Sichtbar, wenn überhaupt für den, der an sie glaubt, aber ganz sicher stets unsichtbar für Zweifler und Menschen, die ihrem eigenen Herzen nicht vertrauen können. Wenn du deinem Einhorn eine Freude machen willst, dann pflanze eine Lilie oder eine Rose. Denn Einhörner stehen in inniger Verbindung zu Rosen und Lilien. Zur Rose seit jeher als Symbol für die Unsterblichkeit der Liebe, zu den Lilien als Symbol für das Leben und die Auferstehung. Lili, die griechische Göttin des Regenbogens, führte einst die Seelen der Frauen in den Himmel, ins Paradies. Damit verkörpert auch sie bedingungslose, reine Liebe und tut genau das, wofür Einhörner stehen, um unsere Herzen zu beschützen und bedingungslos zu lieben. Sie helfen.